Wissen Sie, was das ist, liebe Zuschauer? Das ist ein Nylon-Strumpf-Formgeber. So, dachte man sich damals, sieht das Durchschnittsbein der deutschen Frau aus. Eine nackte Augenweite. Nylons waren in den ersten Nachkriegsjahren auf dem Schwarzmarkt ein begehrtes Tauschobjekt, doch eben made in USA. Da wir vor 40 Jahren aber einen regulären Staat erhielten, wurden wir nun auch in Sachen Nylon souverän. Nun durften wir die Dinger selber produzieren. Eine willkommene Überraschung aus Amerika. Strumpf wirkt Maschinen für deutsche Nylonstrümpfe im Rahmen des Marshall-Planes. Da die Verarbeitung des Nylonfadens von der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft abhängig ist, sind die 18 Meter langen Maschinen mit einer Klimaanlage versehen. Der fertig gewirkte Strumpf wird zusammengenäht. Schöne Beinformen sind ein wichtiges Requisit. Sie rollen mit dem hauchdünnen Strumpfgewirk in die Formmaschine. Damit die Strümpfe nie ihre Form verlieren, auch wenn sie strapaziert und gewaschen werden, setzt man sie in einer Glocke bei hoher Temperatur unter atmosphärischem Druck. Nylon-Strümpfe aus Deutschland. Ein Wunschtraum jeder Frau wird Wirklichkeit. Menschen-Auflauf in Berlin. Eine politische Versammlung, ein Sportereignis, aber nein. Vielmehr eine neuartige Schaufensterwerbung eines Tempelhofer Modehauses. Statt der langweiligen Puppen nämlich, zeigen zwei lebende und reizende Modelle alle Möglichkeiten der Bekleidung. Modenschau hinter Glas. Gratis und Franco für jeder Mann. Mit der Betonung auf Mann. Damals in Tempelhof. Vor 40 Jahren, liebe Zuschauer, genau am 1.10.49 war die Schlagzeile im Berliner Tagesspiegel. Bundestag erklärt Berlin zum Bundesland. Wir produzieren in dieser Stadt Berlin und auch in Tempelhof seit jetzt genau 5 Jahren unsere Reihe damals. Heute senden wir die Folge 250, also ein doppelter Geburtstag. Und da gönnen wir uns gerne selbst mal einen musikalischen Salud, natürlich zeitgemäß. Vor 40 Jahren tourt ein Mann mit der Trompete durch Europa, der schon damals legendär war. Setschmo. 1.10.49 der US-Bürger Louis Armstrong in der Schweiz. Schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. 1.10.49 der Starbucks. Untertitelung des ZDF, 2020